Hallo Leute, was geht ab? Ich bin euer Zahi, das ist ein Willkommen zu einem neuen Video auf einem Kanal mit den Bayern, mit der Bayernkarriere Hamburg gegen den FC Bayern, der 5. gegen den 1. aus München. Anstoß für Bayern und los geht's! Kossa! Also Leute, ich rede zur Zeit nicht so viel, wegen meinem Headset, dann hört ihr mich weniger. Und deswegen sag ich nichts, okay? Ich rede. Ich rede. Oh, ich rede. Ich rede. Und ich rede. Oh, schön gemacht, guck mal, Martinus bringt die Flanke auf Epapé, 1 zu 0, starke Macht Leute, wie er sich da hochschraubt, oh mein Gott, gut gemacht, zweites Saisontor für Kilian Epapé, gut gemacht. Und man, man hat voll spürt. Es gibt aber keine Karte. Also Leute, manchmal werde ich reden. Nein! 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 Was war das? Nein! 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 Oh mein Gott! Nein! Nein! Komm! Nein! 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 Okay. Komm! 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 Los! Oh! Einwurf! Rolls! Rolls! 2-0! Marco Rolls! Toll! Toll! Zweites Saisontor für ihn! 2-0! 2-0! 2-0! 3-0! 1-0! 3-0! 2-0! 3-0! 3-0! 4-0! 5-0! 5-0! Okay. Mavre. 3-0, M-P-P, das ist ein drittes Saisontor. Gut. Läuft ganz gut. Nein, das war so gut. Halbzeit. Okay. Ich wechsle noch keinen aus. Ich wechsle noch keinen aus. Ja, komm, wir wechsle jetzt noch mal den Christian Ronel. Oh mein Gott. Martin ja leicht dran. Aber... Mit einer Hand war er noch dran, aber kann er nichts machen. Hm. Okay. Ich wechsle noch nicht. Schade. Sule! Nein! Komm! Gut gemacht. Nein! Falsch! Nein! Tossau! Vier, eins, moin! Reus, Ribéry. Ey! Danke. Danke. Nein! Danke. 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 und Das war doch jetzt so, wenn wir da. Hey Leute, der pfeift irgendwie viel zu spät ab, aber das ist wo er sich hochschraubt. Ja, die Bayern gewinnen mit 4 zu 1, obwohl sie noch ein Elfmeter-Tor-Chancen hätten. Der neue Held, wer ist denn der neue Held? Der CR7. Das war der Vorschau-Einmeldung. Nee, das Spiel ist gegen Besiktas, Besiktas, Istanbul. Ich glaube, wir sind unsicher mal die Türken, weil wir spielen ja, glaube ich, ja, wir spielen in der Türkei. Auch mal Training. Weil Werner wird in diesem Spiel auch spielen. Ja Leute, das war's mit diesem Video. Liked das Video, teilt es wieder, abonniert meinen Kanal, schaut bei Boss Game vorbei, schaut bei Storm Royale vorbei und schaut bei NeroTV vorbei. Und tschau!